Das muss ich hier übrigens mal kurz ansprechen. Ja, ich stelle mich mit YouTubern, Musikern und Schauspielern auf eine Stufe. Und zwar deswegen, weil ich das bin. Selbstlustern und so. Ich bin Musiker, indem ich Musik mit meinen Kumpels und mit meinen Leuten mache, mit der wir auch genug Kohle und Klicks machen.